Musik Ihr wart ja bei TRL, wie war das da? Also TRL war auf jeden Fall sehr sehr aufregend. Das war ja unser erster Live-Auftritt im amerikanischen Fernsehen. Wirklich zum allerersten Mal so auch Englisch sprechen und wie man ja weiß, wir sprechen ja kaum ein Wort. Also wir können uns dann nur so durchhangeln mit tausend grammatischen Zählern und so und ab und zu sehen uns mal ein Wort. Also wir waren auf jeden Fall sehr sehr nervös so. Aber es war auf jeden Fall fett, weil da irgendwie in so einer Kulisse zu stehen war im Times Square. Du siehst irgendwie den ganzen Times Square im Hintergrund in diesem Studio. So viele erfolgreiche Fans waren da schon. War auf jeden Fall sehr geil. Musik 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 Oh mein Gott! We're all behind you now The firewood is breaking down We're all behind you We're all behind you Nothing to stop us now We're still there But no one cares They sang a happy birthday yesterday Without help Do you want to see the sun? The sun is shining The sun is shining The sun is shining This gift is what you need You're gonna be The sun is shining How do you weigh it? 35.5 35.4? I have this for my Not for me I have 43 Sorry Is it too small or is it okay? I'm not sure I'm not sure From above But I need a lot But I need a lot I need a lot You just feel sorry It's a lot It's a lot It's a lot I need a lot We make really good music because they actually like have a meaning behind their music instead of like only wanting to scream or something. Aber sie sind so jung und sie sind nicht so alt und nicht so alt. Alles über ihre Musik ist einfach so real. Man hört sich das von der eigentlichen Artikel. Man hört sich das von der eigentlichen Artikel. Sie sagen, 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 sie sagen. Und wenn man hört von Tokio Hotel Musik, sie sagen, sie sprechen mit ihr. So, es ist wirklich toll zu hören. Wie schon auf alle k楕� sind. Die Runde ist so절 nicht so alt. Aber das ist einfach so alt. Die Runde ist so schön. Vend ist so schön. Wenn du so schön wie schon sie mit dem runter bist. Ja, was da mal relativ? Und das ist ganz schön. Oh ja. Ich denke, das ist die Hotel. Look, das ist die Runde. Da sind die Runde. Oh ja. Das ist die Runde. Ja, das ist die Runde. Hot Topic, iTunes and Best Buy each carry their own very special edition of our US Scream album with some exclusive bonus content. Hiya! Bravo! Keep going! Keep going! Keep going! Okay! We'll see you next time.